alle kaputt machen alles kaputt machen was kaputt zu machen geht wir lassen hier nichts teile ich glaube es geht auch noch kaputt oder ist es schon kaputt hier okay siehst du doch du bist noch robbie blatt Latsch Jo Stopp Audioaufnahme dass du nichts verstehst ist doch scheiße ja wir sammeln alle ein und jetzt kommt ja demor vor mit Nee. Eine komische Stimme. Du hast meine Hand. Alter, was geil ist. Alter, wie viel sind das? Das ist doch cool, umso mehr, umso besser. Es gibt doch Punkte. Ich glaube, dass immer noch Roboter kommen. Ja, später kommen noch andere. Ich denke mal, wenn es so wie bei eins ist. Weil jedes Land hat ja seine eigenen. Wäre sonst ein bisschen eintönig, ne? Ja. Ja, mach mal nicht. Ja, mach mal nicht platt. Komm mal lieber hierher. Ich habe hier Roboter. Ja, ja, gut, jetzt ist unser Weg. Weggepackt. Oh, hier sind ja Kissen. Boah. Man ist ein Arsch voll. Ja. Irgendeiner guckt immer andauernd L2. Ich nicht. Ja, das sind wir nicht. Warte mal. So, warte mal jetzt. Erstmal hier noch komplett nochmal die Wand lang. Wie man mit Ulti das immer herrlich sammeln kann. Ja, ne? Faszinierend, ne? Wie mein Tor. Wenn er sein Tor hat, dann war es dann wieder gewesen. Dann sammle ich weiter, weil durch die ganzen Dinger kriegst du wohl immer welche andere Kämpfer. Bei eins war es automatisch. Kriegst du die automatisch pro Level irgendwie. Keine Ahnung. Ist ja auch wie. Wie war was ganz anderes. Kannst du nicht online spielen? Nee, kann ich auch nicht. Also, konnte ich nicht. So. Uh. Du sitzt. Ich mag die Spezialattacke immer. Du, es renn auf die Tür. Ach so, da kannst du, ach so, da rennst du. Crazy, äh, trittst rum, Odin. Ich seh grad nicht wo ich bin. Ja, immer schön auf die Tür drauf. Einfach irgendwie durch. Ich nehm' mal lieber die Fackel. Ja, jetzt brauchen wir keine Spezialattacke mehr. Ja, sonst lieber auf für das nächste Mal. Ja, toll, weg. Irgendeine hat die jetzt benutzt. Was? Oder? Ja. Irgendeine hat die Spezialattacke gerade eben benutzt. Ich wart' nicht. Oh. Warte mal hier, push to talk hier. Genau. Zieh mal, push to talk. Kriss, zieh hinten hin. Ja, da musst du das Ding noch rausziehen. Du, laberst du mich an, wenn Onkel auch bei mir ist, he? Ja, du, Onkel war schon längst auf dem Weg zu mir. Nee, da war noch nicht rein. Ja, du, die, ich... Ich will schon mal bitte da raus? Du bist ja gar niemand von euch. Ach doch, der Wettke... Ich hab' gedacht, ich zieh' jetzt. Das should allow you to break the Reactor shield and gain direct accent to the core. Ich zieh' auch. Lass uns erstmal den Raum angucken. Ja. Raum gucken. Raum gucken. Ist das schon? Achso ne, das kann aber auch nicht schließen. Raum kriegt immer nur der eine die Punkte. Nee, die werden aufgeteilt eigentlich. Die werden nur... Also das Ding geht immer nur zu allem, aber die werden praktisch aufgeteilt. Mal auf deine Energieleiste gucken. Na mit denen teilen kochst du später die Spezialattacken, wenn es genauso ist wie eins. Was ich ja nicht weiß. Jetzt gewissen zu sehen. Ja. Jetzt? So, ich muss hier hochkommen oder? Aber du kannst hier nicht hoch, das ist schon ganz oben. Ach da. Große Tür heißt nichts Gutes. Große Tür heißt Große. Oder kleine Überraschung. Oh, nö, oder? Er ist der Endgegner, oder? Weil Onkel wieder die große Fresse hatte, das war klar. Hätte Onkel nichts gesagt, wäre da eine kleine Maus gekommen oder so. Andere haben wir doch, oder? Und das ist Hologramm-Pier. Was wir die ganze Zeit haben. Ja, hätte Onkel nicht gesagt, wäre da irgendeine kleine Maus gekommen oder so. Da haben sie doch, ne? Dann haut mal rein. Ja. Och, da nicht. Ich bin der Typ, der zieht die Attacke durch, oder? Ich bin weg, ich bin tot. Jetzt bin ich der Typ? Was? Du musst du drücken, dann bist du die Tussi wieder. Endlich. Weiß. Du bist auf das Spiel. Crazy, komm mal schon runter. Ich wurde geblitzt, dingst. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Lenk doch hoch! Ich mach nix. Da oben bin ich. Nee, ich bin die Fackel. Ich bin nicht Gambit. Ach so! Das war der CPU dann? Ja. Der hat reagiert wie nix. Alter! Oh, lord! Ich bin andauernd geblitzt, dingst! Ich bin einer der fantastischen 4! Ich habe ihn benutzt. Ich habe ihn benutzt. Ich bin einer der fantastischen 4. Ich habe ihn benutzt. Ich habe ihn benutzt. Ich habe ihn benutzt. Ach so, ja, irgendwo bist du schon. Oh, ein geblitzt, dingst. Der auch noch mal. Was mir fehlt, irgendwie ein roter, ach da unten ist der rote Balken von dem Vieh. Ach, der ist vielleicht Matsch. Ja, ich schieße ja die ganze Zeit mit Feuerbällen auf den. Oh, was haben wir jetzt gemacht? War das denn jetzt? War ich das? Das war Icke. So ein Schutzschild hier. Sack! Bin ich! Sack! Ach, ich bin nicht wieder der Typ. Tut sie ihn! Ich bin jetzt kaputt. Tüsi ist weg. So. Tüsi ist weg. Oh. Komm, geh doch kaputt du Dreckteil. Ja, der ist doch gleich Matsch. Er ist doch gleich Matsch. Tüsi! Jetzt! Hä? Oh! Großer Knall! Große Tür, großes Vieh, großer Knall! Oh, das ist ja nicht okay, dass wirklich die Helden dabei sind, die wirklich... Achso, jetzt sind ja die anderen, okay. Ich habe gedacht, da ist jetzt die Fangel. Ich habe gedacht, dass jetzt die Fackel. Wir sind ja noch da drinnen, sozusagen. New York. Ach, das ist das Hauptquartier jetzt oder was? Nee, Daily Planet. Nee, Daily Planet. Hast Daily Planet Present Day steht da. Nee, ich dachte, vom Gebäude her könntet jetzt wegen Daily Planet Spider-Man... Ach! Unser Hauptquartier! So ein bisschen was weiß ich ja noch. Ich habe jetzt zwei Mal auf der Wiehe gespielt, aber da sah es anders aus. Nicht so schön. Der Hauptzentrale. Ja, hier ist jetzt im Stark Tower, also von Iron Man, der Tower. Im ersten Teil war das Luftschiff, also das Stark... Ach Quatsch. Im ersten Teil, klar, da war das Schild Hauptquartier und das ist das Luftschiff. Da bin ich monistisch. Ich glaube, das war auch das Stark Tower, weil da bin ich auch rumgerannt. Nee, das sah so aus, aber das war Schild. Ja, jetzt sind wir auf Next Mission gegangen, anstatt mal was zu machen. Oh, wer ist denn hier? Bin ich? Ich habe X gedrückt, nicht Viereck. Also ich habe die falsche Taste gedrückt. Daher war ich's nicht. Ich wollte mich erstmal da umgucken. Ah. Gespräch. Das ist Nathan. Das ist ein Schild. Das ist ein Schild. Carol kann sich definitiv umgucken. Aber wir müssen auf das, nur in der Fall. Wir beginnen mit den Tunneln. Ist der Crazy Freak wie der Feuerrand? Aber über mich rummeckern... Ich habe kein Viereck gedrückt, wie oft würd ich's noch sagen? Da oben stand aber X. Ich habe gar nichts gedrückt. Ich war nicht... Ich habe ein Gerät gestoppt gehabt. Hier stand Viereck. Weil X, äh, Viereck ist Dings. Und X ist ja hier... Hier das da. So. Du? Ich will gucken, wen wir jetzt dazu gekriegt haben. Du, ich würd gern meinen, das tauschen. Ja, wen willst du denn haben, Onkel? Such mal schon den raus. Ach du, suchst du... Na, dann such du mal ihn raus. Jetzt suchen wir mal auch ihn. Die Fackel ist jetzt doof. Oh, okay. Ich nehm Iceman. Storm ist neu, kann das sein? Nein, die war vorhin schon. Thor ist noch nicht mit bei. Okay. Ich nehm Iceman. Iceman. Ist aber kein neuer dazu gekommen, ne? Nein. Dann nehm ich Storm. Dann nehm ich Storm. Dann nehm ich wieder Iron Man nehm ich jetzt wieder... Müsst du doch auch was bringen, oder? Iceman, Storm und hier... Nein. Äh, Bums. Das sind verschiedene. Obwohl, warte mal. Ja, X-Men, X-Men, X-Men. Da müssten wir den ersten noch austauschen gegen Wolverine. Ja. Müsst du doch noch ein Ding haben? Iceman. Ja, ne. Den ersten, den ich jetzt noch mal... Warte mal. Ich guck mal, was wir da für einen Boost kriegen. Weil Wolverine ist ein X-Men. Du meinst Iron Man austauschen? Ja, Iron Man. Habe ich ja gerade austauscht. Ja. 15% maximal... Stamina. Stamina ist doch Gesundheit, ne? Ja. Oder? Ja. Dann lassen wir die Team so wahr. Weil 15% mehr Gesundheit kommt da gut, oder nicht? Du nimmst auf. Das ist doch sowieso ein CPU dann. Also von daher... Weil sonst hätte ich Iron Man... Ach, Quatsch. Lass mal so. Fertig ist. Weg. Gucken, was hatten die hier für einen...